Ja genau, deswegen fragst du mal so einen Raum rein. Nee, nee, weil ich hab grad danach hab ich gesehen, dass die Eisachs kaputter war. Kaputter. Die war kaputter, deswegen hab ich... So, Master, wo bist du? Immer noch in dem kleinen Häuschen drin. In dem grünen, wo... Ja, wo wir gerade eben drin waren. Okay, ich bin hier da vorne. Der einfach nur wegpackt. Das leidest schon wieder. Ohhhh. Hätte ich gleich auch den Allerwertesten. Brrrr. Wie wärs, wenn wir denn danach, wenn wir nach Elektro gehen? Ich komm jetzt aus dem Haus raus. Ja, ja, wir stehen hier auf der Straße. Hi. Hi. Elektro wäre eine Herausforderung. Warum willst du immer nach Elektro? Will nicht nach Elektro. Wir wollen jetzt erstmal an die Gefängnisinsel. Will nicht nach Elektro. Ja, und danach eventuell dann... Weil ich da noch nie war, richtig. Ja. Machst du weiter und dann bist du da. Meistens spawnst du dann da direkt. Whatever. Denen fragst du immer, bist du in Elektro? Wunsch... Wunschdenken, wa? Waaah. Kannst du mal bitte. Waaah. Okay, ich hab die andere Tür noch aus. Rucksack. Warum hängst du mir eigentlich so am Arsch? Pass mal. Um dich vor Phino zu schützen. Voll die Granate raus. Schön wärs. kann man sich mit einer ganache selbst erschießen nein du kannst dich höchstens selbst sprengen ja kann man sich mit der ganze springen wirklich wenn mir mit der sie aufhören mache ich dann aber bis jetzt sieht es ja nicht danach aus hoho er hat gut gefunden nein hat er nicht egal ich hätte sie weg genommen was winchester brauchen wir winchester was der winchester hat aber keine muni dafür ich sehe eh keine egal ich hab die schon aufgenommen leg sie bitte weg was braucht man dafür munition winchester muni die heißt auch winchester ist sie gut die winchester die ist so gut wie deine armbrust ach nee die hast du ja nicht mehr ha 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 ! Oh, Ducktape. Da ist wirklich Ducktape, guck. Ducktape. Oh, so sweet. Ich habe auch noch eins mit 100% Ducktape. Damit hättest du den Pinon auch fesseln können. Lass mich rein! Nein, lass mich raus! Ames? Ja. Wo bist du denn? Oh, er sitzt schon wieder bei mir. Letztes Haus. Hier ist Übring. Ja. Letztes Haus. Letztes Haus, linke Seite. Hier. Ja. Auf der Hauptstraße. Ja, ich sehe dich. Eine Grey Derringer. Ja. Wo ist denn das für Kack? Ja, äh, brauchst du nicht. Wo ist denn das für Kack? Da, 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 da. Also ich bin dafür, dass wir entweder jetzt hier auslocken oder... oder die nach der Dörfchen auslocken, weil es gibt kein Dorf mehr, bevor die Gefängnisse kommen. Oder wir schwimmen jetzt heute in dieser Folge, wir können diese nächste Aufnahme. Hm, genau. Schwimm du mal rüber. Ungeschützt unten. Hm, genau. Hm. Mach mal Fehler. Mach vor. Wie willst du sonst da hinkommen ohne Schwimmen? Du kannst... Wir schwimmen da das nixmal hin. Warum jetzt nicht? Dann haben wir das nixmal nicht den Weg. Finon will immer viel zu schnell, viel zu viel. Das ist Finon. Ja. Muss noch jemand was trinken? Nein. Energized bin ich nicht mehr, hydrated bin ich. Okay, dann trinke ich mal kurz. Dose, da ist Bier. Dose. Nein! Ah, doch. Ich hab's noch. Ah, Bloodbag-Kit brauche ich nicht. Ich bin hydrated. Ich mache Bloodbag-Kit nicht. Okay, dann werde ich mal bei der Gelegenheit was essen. Ja. Mach ich auch gerade. Ach, ach. Das ist vielleicht keine schlechte Idee. Ziehen wir uns mal die Spaghetti rein. Test-Kit lass ich auch hier. Also da brauchen wir nicht. Müll nur den Rucksack. Die Cantine könnte ich gleich mal auffüllen. Kannst du machen. So, Energized bin ich auch schon mal. Ziehen wir mal die Cantine auf die Hände. Kann mal einer schützen? Ich schütze. Der MS ist ja schon stadtklar. Oh, die konnte man stacken. Ja. Das ist ja unfassbar. Was denn? Was ist denn mit dir? Ach, nix ist alles gut. Warum liegt denn da eigentlich hier Munition rum? Die 30 Schuss. Dann lag deine Kantine rum. Use the pump. Hey Leute, meine Cantine back da rum. Kann die jemand nehmen? Ich kann die nicht nehmen, ne. Gut. Warte. Da lag auch gerade noch Rasputin-Bier. Ähm. Ja. Ne, Cantine kann ich nicht nehmen. Ne, ich auch nicht. Gut, dann. Weil die hab ich nämlich im Ventar. Aber... Dann pack die da nur rum. Die 30 Schuss kann ich nehmen. Aber, Master, nimm du die mit. Du hast jetzt die Magnum. Was für 30 Schuss? 30 Schuss, die da liegen. Am Brunnen. Hier liegen 30 Schuss? Ja, 30 Schuss für die Magnum. Tatsache. Mann, warum hab ich die nicht gesehen? Egal, ich brauch's sowieso nicht. Ach, ne Bandage. Das auch nochmal. Bitte, bitte. Ich hab 14 Slots Essen. Emils. Emils. Aber das wird zu einfach. Bitte, bitte. Mach. Ich hab 14 Slots Essen. Bitte, bitte. M-m. Kannst du einfach sagen, verpiss dich. Na gut. Friendly... Friendly Fire ist scheiße. Hast du recht. Das ist wie Friendly Fire scheiße. Warte scheiße. Friendly Fire. Im Spiel jetzt hier, oder was? Ja. Hä, was hat Free Friendly Fire? Seid ihr jetzt endlich fertig? Weißt du nicht, was Friendly Fire ist? Doch, doch. Aber ich hab's im Zusammenhang nicht verstanden. Bei Friendly Fire gibt's nämlich im Spiel nicht. Ja doch. Wir sind eine Gruppe und wir spielen zusammen. Und wenn er dich erschießt, ist das eigentlich Friendly Fire. Hier ist noch eine Gruppe. Du darfst dich durchlassen. Du darfst dich durchlassen. Du darfst dich durchlassen. Bezeichnet man Friendly Fire nicht. Emils, du musst mir auf die Zeit geben an die Seite zu gehen, sonst wird das nix. Emils? Was? 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 Bezeichnet man nicht Friendly Fire, wenn man sich nicht gegenseitig abschießen kann? Ein Friendly Fire ist, wenn ein Verbündeter auf dich schießt. Irrtümlicherweise. Achso. Und da ich eigentlich ein Verbündeter bin... Aber es ist nicht irrtümlicherweise, weil es ist kein Friendly Fire. Wo ich recht habe, hab ich recht. Ne Mosin. Was? Oh, kein Schuss dafür. Liegt trotzdem ne Mosin. Wo? Äh, in nem Haus. Ja, danke. Warte, ich bring mit. Ja, was haben wir denn hier? Eine Pumpe? 380, Auto 35 Rounds. Brauchst du nicht. Brauchst du wirklich nicht. Hast du lieber Schuss? Irgendwie glaub ich dem nicht. Irgendwie glaub ich dem nicht. Nein, du brauchst die 380 nicht. Hat... Ja, 5,45 Millimeter Rounds. Assault Riffle Cartridge. Zeig mal, ob das die sind. Ich werd sie nicht aufnehmen. Das sind 30 Schuss. 5,45. Zeig mal. Die haben einen goldenen Kopf. Hä? Nein, die sind goldene Hülse, muss ich sagen. Ach komm, hier. Geh da hingucken. Nimm sie dir. Ja, das sind die für die AK. Nein, das sind die für die AK. Was anderes hab ich nicht. Ihr Süßen. Was haben wir noch? Goldene Hülsen. 9 Millimeter Rounds hätten wir noch da. Parabellum. Wenn du die nicht brauchst... Ist das die Mosin für eine Jagdgewehr oder was? Mosin ist auch Scharfschützengewehr. Ein Scharfschützengewehr ohne Zielfernrohr. Kannst du kommen? 9 Millimeter Rounds. Goldene Hülsen, schwarzer Kupf. Nein, die sehen ungefähr so aus. Nur halt 3 Stück nebeneinander. Sowas hab ich nicht, nee. Du hast mir 3,57er Rounds gegeben. Okay. 3,57er Rounds hast du mir gegeben. Die sind aber für den Revolver. Ja, die sind für den Revolver. Na gut, dann lass die Mosin liegen. Wenn keiner Munition dafür hat. Nein, ich nehm die mit, wenn wir am Ende der Aufnahme sind. Und wenn wir dann nächste Aufnahme was finden, haben wir die. Filon slided? Ja, gut möglich. Nicht nur gut möglich, du slidest. Oh, Holz. Ja, musst du jetzt damit leben, weil ich kann die Mosin nicht aus der Hand legen. Also im theoretischen Zweck oder schon. Ja, aber es ist so eigentlich dumm, wenn wir jetzt gleich sowieso. Ein Snaploader für die Magnum ist das. Was? Master. Ja, ist das für mich sinnvoll? Nicht wirklich. Das ist ein Snaploader. Du kannst die Schuss rausholen, dann hast du wieder 6 Schuss mehr für die Magnum. Wie kriege ich die Schuss da raus? Ich ziehe den ins Inventar und sage ihm Empty. Genau. Werf ja gleich mal bitte wieder raus, ich will mal kurz gucken. Was? Ich will leg das dann danach bitte mal wieder raus, wie wir das gucken. Mal angucken. Also wenn du den leer gemacht hast. Ich habe den hier im Einsatz. Ja, ja. Achso, benutzt du den? Ja, ja. Ach scheiße. Warum nicht? Hätte ich benutzt. Wenn du nur die Munition leer machen willst, hätte ich den benutzt. Das leidet ein Spieler, der heißt Finon. Okina, ich würde mal sagen. Ja. So allmählich. Sollten wir uns mal einen safen Platz suchen, wo wir uns platzieren. Hier wäre das vielleicht nicht so safe. Ja. Wir können ja hier oben im Wald Tschüss sagen. Eben, das wird wohl das Einfachste sein. Soll ich zum Abschluss noch eine Granate werfen? Es hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass ihr alle dabei gewesen seid. Moment, Moment. Finon eher nicht so. Beim MS hat es mich sehr gefreut. Beim Finon. Naja. Das weiß ich noch nicht so genau. Es ist ein Horst. Vielen Dank fürs Zuschauen. Moment. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ihr ein Like oder ein Abo da. Wir setzen uns hier hin. Ja, ja. Wie wir es immer machen. Und wenn nicht, behaltet das für euch. Wir machen in dieser Stelle hier unsere kleine Lagebesprechung. Lagebesprechung. Wir nehmen die Knarre in die Hand. Schießen Finon ab. Guck mal, wie wir herangesliden können. Ja. Gut. Dann macht's mal gut. Zwischendurch.net ist die Adresse für alles, was rund um diese Projekte gilt. Und da gibt's demnächst auch noch ein kleines Großprojekt, was ich dann mal ganz, ganz leise ankündigen will. Aber da wollen wir noch nicht so viel verraten. Also, es wird ein Experiment. Mal gucken, ob's was wird. Emmes? Ja. Vielen Dank fürs Dabeisein. Danke. Ja, bitte, bitte. Ich danke euch, dass ihr dabei wart. Mache es gut. Ich will mich setzen. Finon? Ja. Du bist einfach nur ein Brot. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.